Servus und Grüß euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Ich habe von Skyshow vorab schon mal die beiden Pakete seines BR-182 Re-Pens erhalten, es wird zwei Pakete geben, einmal die BR-182 als DB Variante, als einzelne Lok, wie man hier sehen kann, die BR-182-006-7 und es wird ein zweites Paket geben, das er die PP-Paket 1 genannt hat, in dem diese sieben Loks, die wir hier sehen, enthalten sind, die schauen wir uns dann gleich als nächstes einmal an. Jetzt hier mal zu dem Ursprungsmodell. Das Modell der BR-182 wurde von Markus1014 aus dem Forum gemoddet. Die neuen Texturen für dieses Re-Pen-Set hat Skyshow erstellt und er wurde dabei unterstützt von Mike C aus dem Forum. Wie man sich hier sieht, einmal wie gesagt, als einzelnes Paket wird es die BR-182 in dieser DB Variante, dieser DB Lackierung geben. Wie gesagt, der Original-Mod wurde von Markus1014 erstellt und der hat Skyshow, dass die Freigabe hat, ein paar schöne Re-Pens dafür zu erstellen. Wie man hier sieht, ist jetzt schön diese Variante dieses Mitteleinstiegs bei dieser Lok zu erkennen, die also keine zwei Einstiege an den beiden Führerständen hat, sondern eben nur einen Einstieg im vorderen Teil der Lok besitzt. In dem anderen Paket, das er eben DP-Paket genannt hat, werden sieben Modelle enthalten sein, die wir uns jetzt hier mal anschauen können. Und zwar einmal ist es dieses Re-Paint von Raylion DP Logistics. Mit der 182-002-6. Im Paket dann ebenso enthalten ist dieses Re-Paint von der DB mit 20 Jahre R1, ein Takt, der bleibt. Es ist eine Sonderlackierung zur Jubiläum 20 Jahre Regionallinie 1. Die Regionallinie 1 wurde damals zwischen Frankfurt-Oder und Berlin-Ostbahnhof in Betrieb genommen. Wie man hier sehr schön erkennen kann, waren es damals mit diesen mintgrünen Waggons. Und jetzt müssten die mit normalen Doppelstock-Dostos-Wagen unterwegs sein. Das Modell dieser Re-Paint ist die 182-007-5. Als nächstes dann die Porsche-Lock. Wir setzen auf die Schiene, weil uns die Straße im Herzen liegt. Die 182-004-2. In dieser schönen silbergrauen Lackierung. Mit dem, mit der Silhouette eines Porsche 911. Als weitere Lok in diesem Set enthalten ist dann diese BR-182-008-3. mit der Sonderlackierung für die Bundesgartenschau 2015 in der Havel-Region. Ebenso enthalten ist die 182-026-5. in dem DB-Blau-Beige-Retro-Lock-Design. Die Lok wurde damals für, glaube ich, den Rheingold-Sonderzugnader für die Neuauflage so bei der DB lackiert. Wirklich ein schönes Retro-Design in diesem alten Blau-Beige-Look der Bahn. So, die Lok Nummer 6 aus dem Paket ist dann die 182-016-6 mit der VVO-Lackierung. VVO ist der Verkehrsverbund Oberelbe. Wenn man also hier wieder sieht, ist das auch wieder so eine regionale Ticket-Kooperation mit der Bahn. Indem mal Zug, S-Bahn, Tram, Bus. Ich weiß noch nicht, was jetzt das E-Symbol ist, fahren kann. Schöne, schönes Repaint, schönes Design der Lok. Mit den Bussen, mit den angetreuten Straßenbahnen. Und zu guter Letzt diese 182-009-1 in der DHL-Repaint-Lackierung. So, ich werde euch dann im nächsten Teil noch kurz die technischen Daten der Lok zeigen, die sich vom Original-Mod ja nicht großartig geändert hat. Sowohl für diese Einzellok, die 182 in dieser DP-Lackierung, wie gesagt, und dem DP-Paket 1 mit den enthaltenen 7 Loks, die wir hier nochmal sehen. Den Link für die beiden Mods werde ich euch natürlich selbstverständlich wieder in der Videobeschreibung eintragen, damit ihr die gleich findet, herunterladen könnt und gleich mit viel Freude auf euren Maps die Dinger zum Einsatz bringen könnt. Ich habe anschließend dann noch ein paar schöne Voraufnahmen von den Loks gedreht, die ich noch hinten dranhängen werde an das Video. Ich möchte nochmal Danke sagen an Markus 1014, der Sky-Show für diese schönen Repaints die Erlaubnis erteilt hat. Und Mike C., der Sky-Show bei dem Repaint unterstützt hat. Viel Spaß mit diesem tollen Mod und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal wünscht euch euer Maverick. Servus! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.